Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Infizierte, Walker oder lieber Zombie? Egal, Hauptsache Untote. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerds Talken. Und hier sind eure sprechenden Untoten. Hier sind Chris und Andreas. Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, eurem Walking Dead und The Last of Us Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist CRM, Sergeant Colonel Major Chris. Und mit mir dabei, wie heißen die Grunts, die da an der Mauer stehen? Keine Ahnung, ich fühle mich gerade wie ein Del. Also Delves, wie heißen die nochmal? Delves, ne? Delves, ja. Sub-Conscripts. Die heißen irgendwie so wie Conscripts, also wie wehrpflichtige Scripties, Connies. Jetzt guckt man das und dann fällt einem der Begriff nicht ein. Nein, ich meinte die Untoten, die Delves. Ach so, die Delves. Ja, okay, bei Delves, wenn man so nah an der holländischen Grenze wohnt, dann denkt man ja, oder an der belgischen Grenze, denkt man immer nur so an Delft oder so. Da fällt mir so die Konnotation ja gar nicht ein. Ja, herzlich willkommen zur 14-tägigen Walker-Rundschau rund um die Abenteuer des einhändigen Rick und der doppelschlägigen Michonne haben wieder eine pickepackevolle Sendung. Und wenn ihr uns Feedback dazu geben wollt, dann könnt ihr das machen. Das macht ihr am besten entweder als E-Mail an info at nerdizismus.de. Ihr dürft uns natürlich auch auf unserem Discord schreiben auf nerdizismus.de. Ihr dürft uns auch natürlich ganz klassisch eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht schicken. Das macht ihr an die 015259647709. Und hier nochmal der Hinweis, es gibt noch 18 Tickets. Das sind die letzten 18 Tickets für die Nerdy Christmas Live Show am 20.04. im Rabbit Hole Theater in Essen. Zu Gast ist Papa Basti und Familie, ein wirklich lustiger und extremst reichweitenstarker TikToker, Twitch-Streamer und Instagramer. Komm vorbei, das wird richtig nerdig, richtig lustig. 20.04. im Rabbit Hole Theater in Essen mit mir und dem Chris von LastGeek Tonight. So Andreas, jetzt habe ich schon wieder drei Minuten gequatscht. Du hast noch nichts gesagt. Du wirst dafür gleich umso mehr reden, habe ich gehört. Denn du hast eine lange Vorbereitung und eine lange Zusammenfassung vorbereitet. Aber wir wollen erstmal in die Feedback-Ecke springen. Ja, sehr, sehr gut. Finde ich gut. Also, lass hören. Was haben die Leute geschrieben? Da haben wir eine WhatsApp von Anni. Hallo, ich war auf der Suche nach einem Podcast zu Dead City und bedankbar, euch gefunden zu haben. Bisher habe ich auch nur die Serien-Junkies gehört, aber Hannah hatte zuletzt so wenig Lust auf The Walking Dead, das merkte man doch sehr. Klar, wir alle wissen, wie viele schlechte Folgen es gab, wie viele Fragen offen bleiben, wie viele Erwartungen enttäuscht wurden. Wir wollen doch alle irgendwie mehr Worldbuilding und werden nicht erhört. Dennoch bin ich Fan der ersten Stunde und man muss einfach alles konsumieren, bis auf Tails wirklich alles. Und gerade bei den Tails, die kann ich eigentlich nur so als off the record, kann ich die echt mal so empfehlen. Sie war was anderes. Also, es wird alles konsumiert, in der Hoffnung, endlich ein paar offene Fragen beantwortet zu bekommen. Ich danke euch für eure angenehme Besprechung der Sache. Ich fühle die Anmerkungen sehr und so fühlt man sich direkt verbunden. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, lieber Anni. Ja, ich höre ja auch gerne noch mal den Serien-Junkies-Podcast. Ich kann auch die KollegInnen verstehen, dann auch Hannah verstehen an der Stelle, wenn die an bestimmten Stellen mal die Lust verliert. Ich habe das Gefühl, dass auch Hannah meistens versucht, das dann noch sehr, sehr wertschätzend zu machen. Und das versuchen wir natürlich auch. Wir versuchen, die Wertschätzung trotzdem zu finden, auch wenn wir bestimmte Sachen dann wirklich kritisieren. Das machen wir wirklich in jeder Folge The Walking Dead. Und auch bei Last of Us, aber da war auch nicht so viel zu kritisieren. Und jetzt gucken wir mal, wie es denn heute weitergeht. Ja. So. Weil es mir so gut gefällt, höre ich gerade... Sie schreibt weiter. Weil es mir so gut gefällt, höre ich gerade eure Besprechung in der letzten Staffel. Und es macht richtig Laune. Ich bin fast traurig, euch nicht früher gefunden zu haben. Ja, dabei poste ich doch regelmäßig noch in Facebook-Gruppen. Kennt ihr noch Facebook? Ja, das ist für alte weiße Männer. Das ist TikTok. Da poste ich regelmäßig noch was in Gruppen. Wenn ihr natürlich Tipps habt, wie wir unsere Show hier an die Hardcore-Fans noch bekannter machen können, dann empfehlt es weiter allen euren Freunden und Bekannten. Nötigt die dazu unter Androhung von, keine Ahnung, Anhören des Podcasts von den Wendlern. Die haben jetzt auch einen Podcast. Der ist an Belanglosigkeit nicht zu überbieten. Also wenn du wirklich mal ein Audio-gewordener Unfall die Wendlers auf Spotify... Wenn alles veröffentlicht ist, fange ich nochmal ganz von vorne an und höre eure Kommentare passend dazu. Ich glaube, das kannst du die ersten fünf Staffeln, glaube ich, nicht machen. Ich kann dir schon gar nicht mehr gerade so ad hoc sagen, wann wir eigentlich mit The Walking Dead eingestiegen sind. Aber lass mich das nochmal eben nachgucken. Wir haben nämlich nicht jeden Serienzug von Anfang an mitgemacht. Wir sind auch bei Game of Thrones erst so zur vierten Staffel, glaube ich, eingestiegen. Und bei The Walking Dead muss ich es jetzt gerade nochmal schauen. Ich meine, es gibt es schon so lange, jetzt muss ich aber wirklich nochmal gucken, wann wir da eigentlich... Du guckst einfach mal rein und ich kann dann schon mal Anni sagen, Anni, du kannst noch ganz, ganz viel entdecken, sowohl im Notizismus-Kosmos als auch bei mir. Du musst einfach meinen Namen googeln. Ansonsten, bei Notizismus würdest du eine Million Sachen finden, ja. Ich stelle mir das gerade vor, sie googelt jetzt halt Andreas. Und nach dem Wikipedia-Eintrag, was der Name bedeutet. Genau. Google doch mal Andreas, Dom ist, du wirst bei Star Trek fündig werden, du wirst bei Marvel fündig werden. Aber auch das, beides findet man ja auch aufs Notizismus. Und dann ist es wirklich so, dann sind es so ganz unterschiedliche Perspektiven, die man nochmal findet. Und natürlich unsere schönen, zarten Stimmchen, die das Ganze irgendwie versuchen einzuordnen, ist das nicht herrlich? Chris, hast du jetzt diese Zeit genutzt, um zufraus zu finden? So, jetzt habe ich es raus. Ja, zur Staffel 7 sind wir eingestiegen. Ich erinnere mich wieder. Und das war, mein Gott, das ist 2016 gewesen, ne? Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Da war das schon die siebte Staffel, da lief die Show ja schon fünf Jahre oder sechs. Ei, Caramba. Ja, also, vielen Dank für eure Arbeit, Marc. Wie ihr denkt, dass ihr die gleichen Fragen habt. Verstehe einfach nicht, warum die Macher von DVD diese nicht auch haben. Alles Gute, Anni. Ja, du, das denke ich mir nicht nur bei der Walking Dead, dass man diese Show hier, diesen Podcast hier öfter mal hören sollte. Vielleicht liegt ihr den ja einfach mal auch in die Offices von Paramount. Dann haben wir natürlich noch einen, den obligatorischen und immer wieder allseits beliebten und bekannten und eigentlich ja schon fast sozusagen Gast, Host, wenn auch nie in physischer Form, El Mercy. Er schreibt uns, hallo Chris, hallo Andreas, den 90% bei Rotten Tomato kann ich mich anschließen. Übrigens, es sind immer noch, auch nach Folge 4, 91% Criticscore, 93% Audiencecore. Also, es bleibt auf dem Level. Spannend. Ja. Bei der ersten Folge hatte ich zum ersten Mal seit langem wieder das richtige The Walking Dead Gefühl. Keine Kampfnonnen, keine Superzombies, keine Mätzchen und albernes Zeug, realistische Postapokalypse. Postapokalypse, so wie früher. Leider halten sie das im zweiten Teil nicht durch. Als ob man in der Zombie-Apokalypse mit einer Karawane herumfahren könnte. Wo kriegen diese Leute eigentlich ihre Nahrung her? Na, aus dem Central Park, das weißt du doch. Dazu noch die menschliche Version von Rock'n'Tracoon. Trotzdem bin ich bisher recht angetan und gespannt, wie es weitergeht. Von The World Beyond ist bei euch allerdings nicht viel hängen geblieben. Äh, ja. Das war auch ehrlich gesagt, glaube ich, einfach Selbstschutz von meinem Hirn. Aber ich bin wirklich, ich finde es wirklich toll, dass mir Sachen eingefallen sind auf The World Beyond. Vor allen Dingen aus der zweiten Staffel, die du nicht mehr weißt. Also, das ist wirklich bewundernswert. Die Frage ist, ob es richtig war, denn Colonel Kublai, also Julia Ormond, die ich beim letzten Mal noch gesagt habe, warum haben wir jetzt hier John Locke, wir könnten doch auch Colonel Kublai haben. Ja. Die wurde doch im Finale ihres Amtes enthoben und inhaftiert von Jadis auf Befehl von General Beal. Der war immer schon Chef vom CRM. Die Civil Republic ist allerdings keine Militärdiktatur, schreibt er. Das geht doch aus dem Namen Zivile Republik herum. Ja, genauso wie auch die DDR früher ganz schön demokratisch war. Theoretisch untersteht das Militär der Regierung, sonst könnte die Militärführung einfach entscheiden, die Hilfslieferung in andere Städte einzustellen, anstatt sie zu zerstören. Die Campuskolonie war übrigens eine Satellitenstadt von Oberhaar und gehörte daher zu der Allianz der Drei. Deswegen konnte der Vater der Kids als Wissenschaftler im CRM arbeiten. Richtig. Vielen Dank, Elmercy. Wenn wir dich nicht hätten, das war ich völlig überrünnig frei, das sollte jetzt nicht irgendwie so komisch rüberkommen. Also, wenn wir dich nicht hätten, solche Hörer mögen wir, wenn sie uns berücksichtigen. Aber dass ich die World Beyond einfach nicht mehr vollständig in meinem Hirn habe, ist schlicht und ergreifend Selbstverteidigung gewesen. Ja, finde ich gut. Aber ich finde es auch schön, dass Elmercy diese 90 Prozent komplett mitgeht. Also, der scheint ja wirklich diese Serie zu feiern. Oder hat er jetzt darüber noch was geschrieben? Weil da kam jetzt irgendwie gar nicht so viel drin vor, was er denn genau feiert bei dieser Serie. Ja, das können wir jetzt ja mal schauen, ob denn bei uns die nächsten beiden Folgen auch so gut wegkommen. Ich bin da ein bisschen, ich bin gespannt. Wir haben uns nicht vorher ausgetauscht. Nein. Und jetzt besprechen wir den dritten Teil dieser Staffel von Here's Gone By, die Folge By. Und von den nächsten beiden What We Become, die Folge What We. Also, jetzt haben wir die Folgen By und What We. Genau. Sehr sinn- und sinnentleerte zwei Worte, wenn man sie so auseinanderreitet. Aber viel mehr Sinn macht eine Zusammenfassung. Ja, die macht sehr, sehr viel Sinn. Sie ist vor allen Dingen aber relativ lang. Und das sage ich vor allen Dingen über die zweite Folge. Denn, Leute, es ist, muss ich schon mal vorweg schicken, relativ schwierig, eine Folge, in der ungefähr ein Shakespeare-Monolog vorgetragen wird. Also, nein, es ist unglaublich, also einfach unglaublich viel Text und unglaublich wenig Handlung. Und dann kann man nicht irgendwie mal zusammenfassen, ja, sie flüchten vor den Walkern und laufen da irgendwie zehn Minuten durch den Wald. Das ist ja nicht passiert. Ununterbrochen unterhalten sie sich. Und das ist ein bisschen schwierig, das zusammenzufassen, ohne wirklich den Dialog quasi wieder zu spiegeln. Ich habe es versucht, ein bisschen das reinzukürzen, aber das wird jetzt ein bisschen länger. Chris, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann lehn dich zurück. Also, die dritte Folge By fängt an mit einem Rückblick vor Jahren. Back in the Days. Rick schlendert mit seinen kultigen Stiefeln durch den Millennium Park, ein Teil vom CRM-Willkommenspaket. Jadis, damals noch mit langen Haaren und weniger kriegerisch, begrüßt ihn locker vom Essensstand. Flashback für Rick, die Zeiten mit Jadis und den Scavengers. Und Jadis versprecht, dass die CRM seine Rettung nach der Brückenkatastrophe sein würde. Auf ihrem gemeinsamen Spaziergang plaudert Jadis aus dem Nähkästchen. Ja, früher, als die Scavengers noch eine Sache waren, gab es einen Deal mit dem CRM. Wir finden verlorene Seelen, ihr kriegt sie. Wir finden Ärger, ihr kriegt auch den. Im Tausch gab es Vorräte für Jadis und ihre Crew. Jadis gibt zu, dass sie schon einen Monat lang abhängt, nur um bei Ricks großer CRM-Einführung dabei zu sein. Sie will, dass Rick ein Teil von etwas Größerem wird. Aber Rick ist mächtig angefressen, weil er jetzt in einer Sackgasse steckt. Jadis lässt durchblicken, dass sie Rick quasi als Schuldenausgleich der CRM übergeben hat. Sie sieht das Ganze nicht als Verrat, sondern als zweite Chance. So, wir springen weiter nach vorne in der Zeit. Vor kurzer Zeit. Rick klopft in großer Sorge bei Thorne an und teilt ihr mit, dass Michonne, die ihn gerettet hat, jetzt im CRM-Neulingslager sitzt und als hochwertiges A nicht abgeschoppen werden sollte. Rick, der sonst als zu emotional abgesteppelt werden könnte, bittet um Thorns Hilfe, um Michonne im Spiel zu halten. Er spielt die Okafor-Karte aus, erinnert Thorne an ihre gemeinsame Zeit und ihre Verpflichtung gegenüber Okafors Vision. Und Rick überzeugt schließlich auch Thorne, dass sie jetzt für Michonne da sein muss, genau wie sie für ihn da war und appelliert an ihr gemeinsames Vertrauen und ihre Pflichten. Und dann gehen wir in die Gegenwart. Rick droht Jadis im Scherz, aber sie weiß, es ist ernst. Er wird sie töten. Jadis kontert, dass sie und Rick samt Michonne im selben Boot sitzen. Sollten die beiden fliehen, würde das CRM Jagd auf sie machen. Und Jadis wäre gezwungen, vorne weg zu jagen, um ihre Geheimnisse zu wahren. Rick ist sauer, sieht das aber als Jadis-Problem. Aber Jadis hat einen Plan B. Stirbt sie? Aus mysteriösen Gründen, aus irgendeinem Grund? Verrät eine hinterlassene Akte alles über Rick und seine Lieben an die CRM. Jadis malt aus, wie schnell das CRM dann Ricks Welt dem Erdboden gleich machen würde. Rick ist weiter sauer, weil er findet, Michonne passt einfach auch gar nicht dahin. Jadis zuckt nur mit den Schultern und sagt, naja gut, das war Michonnes Entscheidung. Sie will, dass Rick nicht mehr flieht, sonst sind alle daheim geliefert. Jadis betont, dass die neue CRM-Karriere auf dem Spiel steht und lehnt Ricks Angebot für einen Ausweg ab. Weil Jadis glaubt fest an diese CRM-Ideale. Und dann lobt sie Rick, weil er es geschafft hat, Michonne als A zu schützen, dank Thorns Hilfe. Jadis drängt Rick dann, ein neues Leben anzunehmen. Und als Rick erwähnt, sie hätte ihn früher nie bedroht, entgegnet Jadis Kühl. Naja, zusammen können Michonne und du Berge versetzen und damit lässt sie ihn dann im Endeffekt allein. Also, Jadis will auf jeden Fall nicht, dass Rick und Michonne zusammen im CRM bleiben. Michonne hinterlässt Judith eine Voicemail. Sie hat Rick an einem unerwarteten Ort gefunden. Sie gesteht, dass auch sie viele Fragen hat, besonders darüber, wie das CRM Rick so lange halten konnte. Trotz allem erklärt sie, habe die Versuche von Rick heimzukehren nie aufgehört. Aber jetzt zusammen mit Michonne sei er unaufhaltbar, sagt Michonne. Und dann gehen wir zurück in dieses Culling Facility aus der ersten Folge. Da wird es ernst. Konsignierte, inklusive Michonne, bereiten sich mit ihren Killsticks vor, als eine Ladung Walker anrückt. Michonne legt los wie in die Feuerwehr und zeigt den Walkern zusammen mit Cleo Clifton, wer hier das Sagen hat. Job done. Michonne und Cleo räumen nach dem Kampf gegen die Walker auf, während eine Durchsage ihnen noch Props gibt. Cleo ist beeindruckt von Michons Geschickt und fragt nach ihrer Erfahrung draußen. Michonne gibt sich als Dana Bethune aus und stimmt zu, viel erlebt zu haben. Cleo ist erleichtert, endlich eine Verbündete zu haben, die die harte Realität kennt. Während Cleo und Michonne da so Leichen sortieren, erwachen unerwartet zwei Walker wieder zum Leben. Und obwohl die Soldaten den Bereich jetzt sichern sollen, schreitet Michonne ein und erledigt die Bedrohung blitzschnell, rettet damit Cleo und beeindruckt alle Umstehenden. Naja, leider. Nach dem Kampf werden Michonne und Cleo für Checks weggeschickt. Michonne und Rick tauschen dabei stumme Blicke, während Rick sorgenvoll Thorn beim Gespräch mit einem Soldaten beobachtet. Dann gibt es eine Trauerfeier, an der Rick, Jadis und Thorn teilnehmen. Da geht es um Okafor und General Major Beale hält eine Rede zu Ehren von Okafor. Er lobt Okafors Einsatz für die Sicherheit Philadelphias und seine Fähigkeit Perspektiven zu verändern, indem er betont, dass Feinde auch Retter sein können. Nach der Zeremonie teilt Thorn mit Rick ihre Vergangenheit und die Rettung durch Okafor. Rick versucht sie aufzubauen, aber Thorn zweifelt ohne Okafor an sich selbst. Beale gesellt sich dazu und betont, wie wichtig beide, Rick und Thorn, für Okafor waren und sieht großes Potenzial in ihnen. Allerdings erwähnt er auch das Wort Pharmakon, was für ihn die doppelte Natur von Rick symbolisiert, sowohl Gift als auch Heilmittel. Später sprechen Rick und Thorn über ihre Situation im CRM und führen Michonne in ihre neuen Aufgaben ein. Sie zeigen ihr Okafors geheimen Ort im zerfallenen Lincoln Financial Field und erklären ihr, was dieser Ort symbolisiert. Zurück im Cunning Facility geben Michonne und die anderen Konsignierten alles, um an eine heranströmende Walkerherde zu bekämpfen, die ein LKW angeschleppt hat. Michonne sticht leider mal wieder heraus, indem sie mit ihrer überragenden Effizienz jeden umhaut. Bei der Orientierung im Park entdeckt Michonne dann schließlich Kunstwerke von ihr und ihren Kindern. Der Künstler Benjiro offenbart, dass Rick ihn beauftragt hat, diese über die Jahre anzufertigen. Michonne ist tief berührt, als sie begreift, dass Rick die ganze Zeit die Hoffnung hatte, sie wiederzusehen. Rick, der sich immer mehr dafür rechtfertigen muss gegenüber Thorn, dass er mit Michonne noch gemeinsame Sachen macht. Am Ende der Folge machen Michonne und Rick dann einen dramatischen Exit, indem sie aus einer Hubschraube in einen Fluss springen, um dem CRM zu entfliehen. Also so richtig springen sie nicht, weil Michonne zieht Rick raus gegen seinen Willen. Michonne hinterlässt Judith am Ende noch eine bewegende Nachricht, in der sie erklärt, dass sie bei Rick bleiben wird. Komme, was wolle. So. Das war schon sehr, sehr viel und es war noch nicht mal alles. Soll ich sofort weitermachen, lieber Chris? Soll ich sofort mit der What We weitermachen? Ja, ja, klar. Dann ziehe ich mal weiter durch. So, Rick und Michonne springen aus einem Hubschrauber und landen im Fluss gleich neben einem schicken Apartment mit Musik und einem fleißigen Roomba. Sie schaffen es nass, aber unverletzt ins Apartment, das sie herzlich willkommen heißt und sogar stromart. Michonne braucht eine Auszeit und Rick ist total überrumpelt von ihrem waghalsigen Sprung. Dieses Sprung setzt sich in Anführungszeichen. Während sie das Apartment erkunden, zieht Michonne sich um und Rick bemerkt dabei eine Narbe an ihr, ein großes X auf dem Rücken. Er überlegt kurz das CRM anzurufen, er entscheidet sich dann aber dagegen, besonders weil Michonne überhaupt keinen Bock darauf hat und das Funkgerät, das, wie nennen sie es die ganze Zeit, Moment, PRB, genau, also das lässt sie auf jeden Fall kurzerhand in ihrer Tasche verschwinden. Dann entdeckt Michonne ein Buch namens Ramona the Pest und schwelgt in Erinnerung, wie sehr sie das geliebt hat. Sie hatte sogar mal überlegt, Schriftstellerin zu werden. In einem Gespräch mit Rick, wo er ihre Gedanken mithört, wird sie sauer und nennt seine Abschiedsnotiz poetisch. Sie fordert Rick sogar heraus, etwas für ihre Kinder zu schreiben, damit sie nicht diejenige sein muss, die ihnen erklärt hatte, warum ihr Vater nicht nach Hause gekommen ist. Rick ist total perplex, als Michonne von ihren Kindern spricht. Er wusste ja nur von Judith. Dann enthüllt Michonne, dass sie bei der Brückenexplosion schwanger war und dass sein Name Rick ist. Wir nennen ihn RJ, er ist fast acht Jahre alt. Rick möchte das CRM-Gerät von Michonne zurückhaben, was sie total sauer macht, weil er sich mehr um das Ding kümmern zu scheint, als um ihren gemeinsamen Sohn, von dem sie ihm gerade erzählt hat. Er versucht sie zu verteidigen, sagt er will nur die Familie schützen, aber Michonne ist richtig enttäuscht von dem, was Rick bei der CRM geworden ist. Rick versucht zu erklären, er will nur überleben, aber Michonne hält ihm vor, er sei nicht mehr dasselbe. Trotzdem bittet er erneut um das Device. Michonne möchte nicht, dass das CRM gewinnt, aber Rick meint resigniert, sie hätten bereits gewonnen, als Jadis ihn gebracht hat. Michonne erfährt schockiert von Jadis Rolle und Rick erklärt, dass Jadis Alexandria zerstören wird, falls er flieht. Er hat jedoch ausgehandelt, dass Michonne gehen darf, da Jadis glaubt, sie beide zusammen seien eine Bedrohung. Rick sorgt sich, dass ihr Widerstand ihre Familie gefährden könnte. Michonne schlägt vor, zuerst nach Alexandria zu gehen, aber Rick zweifelt, dass sie alle verstecken können. Jadis Tod würde auch nichts ändern, da sie Beweise hinterlassen hat. Das haben wir in der letzten Folge gehört. Rick fordert erneut das CRM-Gerät, das ist wirklich ein ständiges Hin und Her, während Michonne dann durchblicken lässt, dass sie Jadis Beweise vernichten und dann fliehen können. Rick zögert, geplagt von dem, was die CRM ihnen angetan hat, gibt aber zu, dass er Michonne immer geliebt hat. Und als sie ihm dann schließlich das CRM-Gerät gibt, bemerken sie gemeinsam ein brennendes Helikopterwrack. Es ist ihr eigener, der im Sturm abgestürzt ist, und zwar gegen ein Haus geflogen. Michonne erkennt, dass das CRM denken könnte, sie wären tot. Und trotz der neuen Freiheit weigert sich Rick, trotzdem nach Hause zurückzukehren. Michonne steht traurig am Fenster, erzählt Rick, dass ihr Sohn ihn den tapferen Mann nennt und dass RJ und Judith Geschichten über seine Taten lieben. Sie erwähnt, wie nett ihr Ende voraussah und obwohl sie Rick fand, lief es nicht wie erwartet. Sie kritisiert, dass Rick trotz ihrer Fluchtmöglichkeit immer noch beim CRM bleiben will. Rick glaubt, er müsse Michonne schützen und verhindern, dass die CRM Alexandria angreift und gesteht, dass er die Gräueltaten des CRM ignoriert hat, aber bleiben will, um Judith und RJ zu schützen. Michonne konfrontiert ihn mit der Realität seiner Schutzbehauptung. Rick erklärt, dass er Okafor's CRM-Mission übernommen hat. Michonne sieht das kritisch und erinnert ihn an ihr gemeinsames Leben. Es ist ein ständiges Hin und Her. Rick sieht sich als letzte Hoffnung, Okafor's Plan umzusetzen, fühlt sich aber in dem CRM gefangen. Michonne betont, dass ihre Familie Vorrang hat, nicht das CRM. Ich könnte das jetzt immer noch weitererzählen, aber im Endeffekt wird es dann irgendwann so sauer, dass Michonne ihre Sachen packt, ein Küchenmesser nimmt, einen provisorischen Speer aus einer Lampenstange bastelt und dann losgeht, verlässt aufgebrachtes Apartment, hält im Flur kurz immer inne, um sich zu fassen. Rick ist ebenfalls erschüttert, folgt ihr aber dann und beide hören irgendwie nicht, dass da gerade ein CRM-Hubschrauber näher kommt. Im Foyer treffen Michonne und der ihr nachgelaufene Rick auf eine Herde. Dann gibt es einen Hubschrauberangriff, und zwar auf den Hubschrauber, der da in diesem Haus steckt. Offensichtlich will das CRM Spuren wegmachen. Und nach diesem Helikopterangriff auf ihren eigenen Hubschrauber flüchten sie vor einstürzendem Glas und Walkern zurück ins Gebäude. Ohne Waffen suchen sie inmitten des Chaos einen Fluchtweg und enden in einer Tonhalle mit Fitnessstudio. Rick regelt die Türen, um sich vor den Walkern zu schützen und erklärt die Strategie des CRM, Beweismittel zu vernichten, einschließlich eben dieses abgestürzten Hubschraubers. Inmitten des Chaos entdeckt Michonne einen Abschiedsbrief von einem Lakshmi Patel, der das Scheitern ihrer Mission in Greenwood bedauert. Da sind sie nämlich offensichtlich. Hinweise an einer Pinnwand reflektieren Themen wie Anpassungsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und Hoffnung und tragen zur gespenstlichen Atmosphäre dieser Situation bei. Michonne vergleicht das CRM dann mit Greenwood und betont, naja, das sind alles so Versuche, diese Welt zu retten. Und die scheitern halt oft. Michonne ist schockiert, dass Rick sich immer noch diesem CRM anschließen will, um das zu bekämpfen, was er als den Feind betrachtet. Michonne betont, dass sie sich nur bei Rick sicher fühlt und dass sie keine Angst haben müssen. Rick hingegen glaubt, dass sie Angst haben müssen und dass er alles tun muss, um Michonne zu schützen. So, Michonne ist immer noch wütend und verletzt, dass Rick ihr nicht mehr vertraut und dass er sich so sehr verändert hat. Sie weiß nicht mehr, wer Rick ist und ist zutiefst enttäuscht von seinem Verhalten. Also, die beiden kämpfen sich gemeinsam aus dem Fitnessstudio, stellen sich den Walker-Bewohnern von Greenwood. Dabei erziehen sie sogar einen gemeinsamen Kill, bei dem Michonne dann unerwartet von Walker-Blut getroffen wird. Sehr zu ihrem Ärger. Aber man merkt, sie sind immer noch ein Team. Im Treppenhaus fällt der Kronleuchter auf Michonne. Rick versucht ihn zu bewegen. Michonne kämpft gegen herannahende Walker und schickt dann Rick auch irgendwann weg. Der geht aber natürlich nicht, sondern befreit sich schließlich. Dann erreichen die beiden die siebte Etage, besiegen noch einige Walker und verstecken sich in einer Wohnung, die noch nicht eingestürzt ist. Nach einem kurzen Moment des Zögerns küssen sie sich und haben Sex im Bett. Und nach dem Sex fragt Rick Michonne nach RJ. Sie sagt ihm, wie sehr der Junge ihm ähnelt. Nach einem weiteren Kuss bemerkt Rick ein Roomba, der den Boden putzt und Michonne erklärt, dass er den Boden nach einem Zeitplan reinigt. Das kennt Rick überhaupt nicht. Sie stellen fest, dass die Stadt völlig intakt ist, aber die Bewohner von Greenwood verhungert sind. Rick glaubt, dass er das CRM ändern kann und dass es vielleicht dann irgendwann genauso schön wie Greenwood wird, aber mit Essen. Aber Michonne sagt ihm, dass er sich selbst und sie immer noch anlügt. Michonne erklärt Rick, dass das X auf ihrem Rücken von einer alten College-Freundin stammt, die sie nach Alexandria ließ. Diese Freundin entführte dann aber Judith und andere Kinder und brandmarkte sie und Daryl. Das war Jocelyn. Und nachdem Michonne bestätigt hat, dass sie Jocelyn getötet hat, ist Rick wieder zufrieden. Michonne hört auf, nach Rick zu suchen, um sich dann nur noch um die Kinder zu kümmern, aber sie glaubte immer noch, dass er nicht für immer weg ist. Sie fragt dann Rick, ob er seine Hand abgeschnitten hat, um zu fliehen und ob er versucht, dann nach Hause zu kommen. Das bestätigt er. Michonne berührt dann Ricks stumpf und sagt ihm, dass sie traurig ist, was das CRM ihn angetan hat. Die Wohnung wackelt, Rick drängt auf Abreise, Michonne besteht darauf, dass sie entscheiden müssen, was als nächstes passiert. Rick gesteht, dass Michonne die Liebe seines Lebens ist und irgendwo im Dunkeln weint Laurie sich in den Schlaf. Michonne erzählt von ihrem Kampf gegen das CRM, das Jahr mit Ned im Einkaufszentrum und ihrer Sorge um Judith. Sie fragt, warum Rick dem CRM noch mehr geben will und bemerkt, dass ihre Liebe nicht verleugnet werden kann. Als Rick zusammenbricht, fragt Michonne, was das CRM ihm denn angetan hat. Und Rick erklärt unter Tränen, dass das CRM ihm Karl genommen hat. Und wir denken, Moment mal, Karl war doch schon tot. Nein, er hat ihn damit ein zweites Mal verloren, denn in seinen Träumen hatte Karl überlebt und irgendwann ist auch Karl verschwunden und dann hat er angefangen, von Michonne zu träumen. Rick gesteht, dass er fürchtet, dass er ohne Michonne nicht leben kann. Er hat gelernt, damit umzugehen, aber er fürchtet, dass er sie wieder verlieren wird, wenn sie zurückkommt. Ein bisschen paradox, aber hey. Deshalb hat er sie dann gehen lassen. Rick kann nicht ertragen, sie zu verlieren. Währenddessen sieht man dann Bilder, wie er mit Karl spazieren geht, bevor Karl verschwindet und seine Träume von Michonne im Park. Michonne gibt Rick ein neu graviertes iPhone von Benjiro mit einem Porträt von Karl darauf, das Benjiro nie richtig hinbekommen konnte. Rick erinnert sich dank dieses Geschenks an das Gesicht seines Sohnes. Michonne fragt, was Karl sagen würde, wenn er jetzt bei ihm wäre und was er wollen würde, was sein Vater mit dieser neuer Chance macht, bei denen zu sein, die er liebt. Trotz allem, was passiert ist, hat Michonne Rick gefunden und ist hierher gekommen, um ihn nach Hause zu bringen. Wir gehen nach Hause, Rick, und wir finden zusammen heraus, wie wir es schützen können. Wir lieben uns, so fest wir können, solange wir können. Und Rick küsst seine Frau und stimmt zu, mit ihr nach Hause zu gehen. Am nächsten Morgen, während das Gebäude zusammenbricht, bereiten sich Rick und Michonne auf ihre Flucht vor. Die PL-Anlage verkündet, dass der Aufzug nur noch zehn Minuten Reserveenergie hat. Sie nehmen ihn trotzdem. Und gemeinsam kämpfen sie sich durch den zombifizierten Bewohner von Greenwood im Flur, steigen in den Aufzug, küssen sich da leidenschaftlich, bevor er sie in die Lobby bringt. Draußen kämpfen sie sich durch die immer noch hereinströmende Herde und rennen zu einer Reihe von Elektrofahrzeugen. In der einstürzenden Wohnung liegt das PRB von Rick und Michonne zerstört, bevor sie gegangen sind. So, Rick und Michonne entdecken dann einen Truck, der an der Ladesäule angeschlossen ist. Rick stellt fest, dass es ein Schaltgetriebe ist, was ihn sehr ärgert, da er mit seiner fehlenden linken Hand kein Schaltgetriebe fahren kann. Also dann finden sie schon Elektrofahrzeugen und es ist trotzdem Schaltgetriebe. Ärgerlich. Sie tauschen die Plätze, teilen dabei aber einen weiteren leidenschaftlichen Kurs. Dann bemerkt Rick, dass der Wagen Ethanol im Tank hat, obwohl er ein Elektroauto ist. Michonne erkennt also, dass es sich um eine Hybrid handelt. Und ich weiß gar nicht, ob das eine Toyota-Werbung war. Auf jeden Fall, sie haben jetzt genug Treibstoff, um nach Hause zu kommen, was Michonne als Zeichen der Hoffnung betrachtet. Rick zitiert optimistisch, wir können die ganze verdammte Welt unser nennen, wenn wir wollen. Michonne stimmt zu und merkt an, dass es klingt wie etwas, was sie sagen würde. Rick gibt zu, dass er sie zitiert hat. Sie fahren davon, während sich die Walker nähern und in diesem Moment kollabiert Greenwood vollständig, aber Rick und Michonne fahren lächelnd davon auf dem Weg nach Alexandria. Wahrscheinlich. Und das war's. Und wenn das alles in der dritten Folge passiert wäre oder vielleicht sogar in der zweiten, dann wäre ich so richtig happy, happy, happy. Weil wir haben nur noch drei Folgen und zwei. Zwei Folgen, ganz genau. Wir haben richtig und das war jetzt ja nur drei und vier, haben nur noch zwei Folgen. Eine zweite Staffel ist nicht angekündigt. Ich bin besorgt. Denn da ist noch sehr, sehr viel zu erzählen und wenn das jetzt nicht zweimal 90 Minuten werden, dann weiß ich nicht, jemand das unterbringen soll in den zwei Folgen. Und das macht mir dann Sorge. Ja, also ich bin, ich muss jetzt wirklich mal sagen, ich bin ja normalerweise immer so ein Positivmensch irgendwie. und dann haben wir hier irgendwie 90 Prozent Rotten Tomatoes Wertung oder sowas. Meine Güte, fand ich das langweilig. Meine Güte. Wie kann man denn eine Folge machen, in der sich zwei Leute ohne unterbrochen über dasselbe unterhalten? Ich weiß, ich wusste auch irgendwann nicht mehr, was ich noch schreiben soll. Es ist wirklich immer dieselbe Diskussion. Ich weiß. Und dauernd, ich hatte mir hierbei notiert, was hatte ich, ich hatte mir ein paar Notizen gemacht und da hatte ich mir für diese Folge dann eben aufgeschrieben, Rikko Michon, Krisengespräch über das Wir vom Ich zum Du und umgekehrt. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und wer nicht, weil, also ich fand das schon in Folge 3 wie die Kanickel. Ja, also mitten im Wald fangen die da an rumzuknutschen. Naja, das kann ich ja irgendwie verstehen. Also die, die haben sich so irgendwie lange vermisst oder so. Aber, keine Ahnung, ich habe ja sogar aus Folge 2 noch, Folge 3 noch Sachen rausgelassen. Also keine Ahnung, dieses, wir bringen mich schon irgendwo hin, wo sie dann weggehen soll. Dann täusche ich meinen Tod vor oder was auch immer das sein sollte. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. So, auf jeden Fall ist man dann plötzlich weg und hinterlässt irgendeinen dramatischen Brief, der ihm nachher natürlich nochmal vorgehalten wird. Ich verstehe ja, was Sie erzählen wollen, aber warum erzählen Sie das so unglaublich kompliziert? die Story relativ easy. Er möchte sie loswerden, um sie zu beschützen. Man muss vielleicht noch ein bisschen dahinter steigen, warum er jetzt dann da doch da bleiben möchte, warum er vor allem so reagiert, als er erfährt, dass er dann eigentlich noch ein weiteres Kind hat. Das erinnert ihn dann vielleicht irgendwie zu sehr an Carl. Ja, weiß ich nicht. Carl. Carl, ja. Da ist mir wieder aufgefallen, dass auch die deutsche Synchronstimme von Andrew Lincoln halt unglaublich weich klingt im Vergleich schon original. Carl, Carl, Carl. Kommt auch noch so ein bisschen rum. Ja, also ich bin, ich bin bei dir. Ich, mich haben diese, vor allem die letzte Folge, so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Zum einen diese unglaubliche Zufall, dass sie genau dann, also Michonne und er springen ins Leere. Also sie hätten ja auch genauso gut 200 Meter hoch sein können. Das kann sie überhaupt nicht sehen bei dem Unwetter. also das fand ich schon einen komischen Move in Folge 3 und dass dann so der, der, der Hubschrauber, also es war halt einfach unglaublich viel Plot-Convenience und unglaublich gestellst und konstruiert, um zu einem Punkt zu kommen, den man genauso gut in der Civil Republic in Ricks Wohnung hätte haben können. In der letzten, in Folge 3 schon oder sogar schon in Folge, na gut, Folge 1 und 2 hacken dran, jeder kriegt nochmal sehr kurz sein Bild ab. Aber ich hätte an dem gleichen Punkt, wo sie jetzt sind, wäre ich gerne nach Ende von Folge 3 gewesen, um jetzt noch drei satte Folgen Story zu haben. Ja, oder am Ende von Folge 1, also ganz im Ernst. Oder von mir aus auch das, ja. Ich weiß nicht genau, warum The Ones Who Live suggeriert, als wäre das hier alles eine unglaublich komplizierte Geschichte, die man extrem schwierig aufbauen muss. Das ist doch eine total einfache Geschichte. Also das, natürlich können wir über Okafor und Biel reden, aber das tun wir ja überhaupt nicht. Also das ist vielleicht die politische Geschichte, die da im Hintergrund steckt oder sowas. Das mag irgendwie noch was Komplizierteres sein, aber die Story, die sie hier uns erzählen wollen, das ist ja mittlerweile klar und im Endeffekt steht das auch im Abstract der Serie. Sie wollen das eine dramatische Liebesgeschichte zwischen Rick und Michonne erzählen. Verstehe ich, aber dann lass doch irgendwas zwischen denen passieren. Es passiert ja absolut nichts zwischen ihnen. Also die erzählen uns den Aufbau, wie die überhaupt zusammengefunden haben. Okay, das erzählen sie in zwei Folgen. Da versuchen sie noch irgendwie den Hintergrund zu bauen, warum die denn so beide ziemlich dramatisiert sind. Das fand ich bei Rick schon wesentlich zu viel. Bei Michonne habe ich das einigermaßen verstanden. Abgehakt war unsere letzte Folge. Aber was erzählen sie denn jetzt hier weiter? Michonne kommt an und benimmt sich so, als dass man sofort erkennt, dass sie in A ist und kein B. Trotzdem bleibt sie die ganze Zeit in B und Rick versucht sie die ganze Zeit loszuwerden. Das lässt Michonne aber nicht zu. Das ist aber doch schon alles. Das sind jetzt zwei Sätze. So. Und das wird uns immer wieder, immer wieder denselben Bildern erzählt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollen. Und der Gerät ist auch sehr wichtig. Ja und Wie oft der nach diesem Gerät gefragt hat. Ich hau dir gleich eine rein. Dann sag mir doch, was das Scheißgerät soll. Also habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Ja, liebe, liebe Hörer da draußen, habe ich irgendwas verpennt? Aber dann hast du es ja genauso verpennt. Ja, aber warum ist denn das so wichtig? Ist das ortbar? Ist da ein Geheimcode drin? Was ist denn mit dem Scheißding? Dann sag mir das doch. Also um bei der alten Hitchcock Nummer zu bleiben, es ist halt für den Zuschauer unglaublich spannend, wenn er die Bombe unter dem Tisch sieht, als wenn die Bombe einfach ungeplant hochgeht. Und man vorher überhaupt nicht wusste, dass da eine ist. Und wenn das Ding jetzt wichtig ist oder irgendwie trackbar ist oder keine Ahnung, dann wäre es halt cool, wenn ich das so als Gefahr irgendwie so wüsste. Also sogar bei Star Wars in Your Hope Anno 77 haben sie schon danach gefragt, ob es dem Peilsender an dem Millennium Falcon auch überstanden hat und haben einen Fake-Angriff gemacht. Also ich schätze mal, dass es auf sowas hinausläuft, aber das hat dann auch immer so abgelenkt und ich muss halt leider, leider sagen, so das war jetzt ja gut gespielt. Also die Kollegen vom Moviepilot haben sich ja überschlagen vor Begeisterung, vor der schauspielerischen Leistung. Kann ich es nicht ganz so andocken, aber es war jetzt auch kein Leidensspiel, weiß Gott nicht. Aber ich fühle diese Liebesgeschichte irgendwie im Moment überhaupt nicht mehr. Also gar nicht. Also. Ja, das weiß ich noch nicht mal. Also erstmal, ich glaube, dieses PRM-Ding, das ist einfach nur ein Funkgerät und es hat keine tiefere Bedeutung, außer, dass Rick halt so große Angst hat, dass er jetzt seine einzige Chance verliert, nämlich seine einzige Chance, die er natürlich darin sieht, die Civil Republic so umzubauen, dass Michonne da auch hinkommen kann und dass im Prinzip alle da hinkommen können. Das heißt, er hat ja gedacht, okay, ich versuche zu fliehen, das funktioniert nicht, er hat jetzt noch die Drogen von Jadis, das heißt, im Endeffekt sieht er die einzige Chance darin, ich muss jetzt Okafor's Plan durchziehen. Ob das Okafor's Plan jetzt immer so gut wäre, keine Ahnung. Deswegen fragt er ununterbrochen nach dem Funkgerät, aber ich finde es irgendwann nicht mehr glaubwürdig. Also gerade diese Nummer mit RJ, da erzählt Michonne ihm, hey, du hast übrigens einen zweiten Sohn, einen mit mir zusammen, der heißt Rick Junior und der ist ganz toll und der fragt die ganze Zeit nach dir und die Antwort von Rick ist, sag mal, kannst du mir vielleicht das Device geben, damit ich beim CRM anrufen kann? Also, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wirklich. Und im Endeffekt überzeugt sie ihn mit seiner Liebe ihr gegenüber. Also das zeichnet ja auch ein ganz komisches Bild von Rick. Es geht ihm mal gar nicht um die Kinder, es geht ihm nur um sie oder was. Das ist komisch. Weiß ich nicht. Ja, die Folge hat mich so, wir sind schon wieder beim Ende der vierten Folge oder weil es haupt irgendwie so, dass das dann am Ende alles überstrahlt hat, sodass die dritte Folge ja nur so eine Herleitung irgendwie war zu der ganzen Geschichte und wir haben es ja auch, du hast es gerade eben auch schon mal gesagt, ich interessiere mich ja tendenziell auch so ein bisschen für den politischen Lore, aber da kommt halt irgendwie so Gornischte. Und ich weiß nicht, hast du Endor gesehen? Nein. Okay, Endor ist eine Star Wars Serie, so zwischen Rogue One und, oder vor Rogue One und den Prequels. Egal, da ist auch sozusagen für mich auch immer so der politische, imperiale Side-Story-Arm, der viel interessantere gewesen als der der eigentlichen Hauptcharaktere. Und der kam auch extremst kurz, aber es ist wenigstens ab und zu was passiert. Und so ist das hier im Grunde genommen auch. Jetzt haben sie hier den John Locke aus der Versenkung geholt, bezahlen dem viel Geld und dafür hat er jetzt insgesamt keine Ahnung, 30 Sekunden Screentime, lass es zwei Minuten sein. Das finde ich total krass, dass der so wenig vorkommt. Also ich habe wirklich gedacht, okay, wenn sie den casten, dann muss es doch auch wirklich ein Hauptcharakter sein, aber der hat ja überhaupt keine, der kommt überhaupt nicht vor. Nee, und also dann, dann reicht doch auch Jadis als Main-Villain, da brauche ich den ja gar nicht. Ja, aber Jadis, also Jadis, ununterbrochen, also ich, okay. Sie hat eine scheiß Frisur, ja. Jadis hat eine scheiß Frisur, das war ein guter Spruch von Rick, das muss man an dieser Stelle mal sagen, weil Jadis hat wirklich eine scheiß Frisur. Also als sie die längeren Haare hatte da. Aber es war halt auch die schlechteste Perücke ever, ne? Ja, ja, aber trotzdem sah die mal damit besser aus, als nachher mit diesem, mit diesem Potschnitt, mit dem sie da wieder bei Rick im, äh, im Dings da rum lief. Ähm, also guter, guter Spruch, aber, ähm, also, wie viel, also, ja, ja, natürlich ist Rick in der Scheißposition, aber Rick ist immer in der Scheißposition gewesen, was wollen sie, dann schnappt ihr die Leute in Alexandria und geh irgendwo ganz anders hin, keine Ahnung, nach Texas oder sowas, oder, oder, äh, führt das Ganze zusammen, ja, vielleicht passiert das ja auch, sie führen das Ganze zusammen, indem sie mit, äh, mit Daryl nach Frankreich gehen und sich da auf Monsami Schell verschanzen, mit allen Leuten. Das, das könnte natürlich im Endeffekt sein. Schade um das schöne Kulturgut, Rick ist im Anmarsch, das heißt, es geht kaputt. Ja, stimmt. Ja, genau, vielleicht ist das, vielleicht ist das auch das Einzige, was man uns im Endeffekt dann irgendwann erzählen will, dass das CRM, das die erste Gemeinschaft ist, die Rick nicht zerstören kann. Hahaha, du cleverle, ja, das kann, das kann natürlich sein, ja, das heißt also, Rick zerbricht am CRM und mal nicht das CRM an Rick, ja, okay. Genau, das könnte natürlich sein. Ja, also, ich bin grundsätzlich Fan davon, dass man irgendwie so, so kleine Episoden macht, dass man irgendwie so Episoden macht, wie, äh, die, äh, die Kammerspielartig sind und das war die Episode ja größtenteils, das finde ich eigentlich ganz schön, aber dann muss auch irgendwas passieren und ich habe das Gefühl, es ist einfach gar nichts passiert, also irgendwie kreiste das Gespräch die ganze Zeit um sich selbst, ich habe es, ich habe es nicht, ich habe es nicht gefühlt. Ja, ich habe es, ich habe es wie gesagt auch nicht gefühlt und, ähm, ich dachte halt immer so, ah, ich bin halt dann immer so, denke ich mir so, ah, komm, wir haben nur sechs Folgen und jetzt vergeudet die nicht, es ist nicht viel früher bei einer Star Trek Staffel mit 24 Folgen, wo dann ab Folge 13 das Budget aus war und man halt nur noch so Bottle-Dinger gemacht hat, ja, die dann teilweise richtig gut gewesen sind und waren teilweise die besten Folgen der ganzen Staffel, weil man sich da halt eben was einfallen musste, was Charaktere 45 Minuten lang miteinander machen und, man irgendein Problem hat, aber hier war natürlich das Setting ganz nett, ähm, und ich habe dann erst noch so überlegt, okay, wo sind sie jetzt gelandet, dass das noch alles funktioniert und mein erster Impuls war, als ich diesen Roomba gesehen habe, ich habe gedacht, den gab es doch 2006 noch gar nicht, als die Welt bei denen zugrunde gegangen ist, ähm, zumindest hatte ich noch keinen, also mein erster Roomba oder Xiaomi, Schleichwerbung, Xiaomi, äh, fährt hier seit ein paar Jahren rum, ähm, und, und, und da war natürlich dieses Smart Home irgendwie ganz, ganz spaßig, ähm, dass da die Rechner noch so an waren und so die Bildschirmschoner auf den alten Macs und so, das war, das hat, es hatte irgendwie mal was Ungewohntes, was man so schon lange nicht mehr oder noch gar nicht bei The Walking Dead gesehen hat, fast so seit dem CDC irgendwie nicht mehr aus der ersten oder zweiten Staffel. ja, ähm, und, äh, von daher war das mal eigentlich ganz schön und da, da hätte ich mir ein bisschen mehr irgendwie gewünscht, auch, auch was diese Green, diese Green Community dann da so war, da hatte ich dann schon so gedacht, so ist das jetzt irgendwie so ein Seitenhieb auf so gescheiterte, linksgrün versiffte Gutmenschen oder so, ja, weil die haben es jetzt auch nicht geschafft und irgendwie muss ich mir das verstehen, äh, dann waren das so Kleinigkeiten, wenn man halt nicht drin ist, Moment, Rick zieht sofort ganz selbstbewusst den Stecker aus dem Elektroauto, how does he know, ja, und, ähm, dann auch noch die Frage an die Elektroautofahrer da draußen, also, eine Schaltung beim Elektroauto, das wäre mir jetzt neu, also man kann natürlich... das war ja der, das war ja der Gag, es ist ein Hybrid. Ach so, es war Hybrid, okay, er steht, ach, da waren ja noch diese, äh, diese Gasflaschen hinten drin, richtig, ich erinnere mich. deswegen habe ich ja gedacht, das wäre eine Toyota-Werbung, weil im Prinzip, Toyota sind ja die einzigen, die noch sinnvolle Hybrid-Autos herstellen und darauf voll sitzen, so, also deswegen, vielleicht war es eine Toyota-Werbung, vielleicht hat Toyota sich einfach das gekauft, genau wie, genau wie iRobot sich offensichtlich, ein Stück weit in diese Serie angekauft hat. Ja, ganz genau. So, waren wir dann in der vierten Folge überhaupt im CRM? Nein, gar nicht, null, oder? Nein, nein, überhaupt nicht. In dem Rückblick noch kurz, aber das war es. Ja, stimmt, genau, in dem Rückblick sind wir noch im Markt gelaufen, der auch wirklich schön aussah, da habe ich zum ersten Mal irgendwie gedacht, also das war ja auch, nee, das war ja auch nicht in Folge 4. Nee, das war in Folge 3. Das war ja alles in Folge 3, genau. Nee, in Folge 4 waren wir gar nicht da. Das heißt, wir haben keinen Lock gehabt, wir haben kein Echolon-Projekt weiter gehabt. Ich komme auch nicht ganz noch, nicht ganz drüber weg, dass man einen, einen verurteilten, mehrfach Flüchtigen trotzdem noch befördern will, obwohl jetzt der Ockerfuhr auch dann, der zumindest, da habe ich es ja noch verstanden, dass es irgendwie so einen Fürsprecher gibt, aber da ist halt jetzt mal weg, ja, der Biel hält auch irgendwie was von ihm, okay, aber da frage ich mich dann immer so, was ist das für ein komisches Militär, wo also der oberste Mufti mit irgendeinem Grunt da durch die Gegend, also der, der ihr halt auch kennt, ja, also das weiß ich nicht, das ist alles ein bisschen, okay, und ich kann halt Ricks, Pharmakon, Pharmakon, Rick ist Pharmakon, ah ja, okay, Pharmakon, Gift und Heilmittel, ist das so, ist das so ein Big Pharma Verweis, NWO, muss ich da auch wieder, vielleicht, genau, das hat sich Big Pharma auch noch eingekauft, Skalarwellen, ja, freie, freie, neue Physik, er wusste das wieder, keiner, also, das ist alles so, ich, ich verstehe, ich versuche, hinter Rick zu kommen, und ich fürchte einfach, dass die Auflösung, und ich hab's schon mehrfach gesagt, The Walking Dead möchte immer so clever sein, aber sie sind's nicht, und sie brauchen's ja auch gar nicht, ich erwarte, das ist überhaupt nicht mein Anspruch an The Walking Dead, hier das neue Breaking Bad zu sehen, das brauche ich nicht, das gucke ich, um entspannt ein bisschen Walker Action zu haben, und gut unterhalten zu werden, und nicht für blöd, für dumm verkauft zu werden, mit einer überbordenden Story, die glüger daherkommt, als sie am Ende ist, und, ähm, das ärgert mich dann ehrlich gesagt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das bei manchen Leuten verfängt oder so, keine Ahnung, dass sie dann sagen, oh, sie haben jetzt ein großes Stück Fernsehgeschichte gesehen, ich nicht, aber ich würde es gerne sehen, in dem, was The Walking Dead sein kann und will, und das ist halt nun mal nicht, äh, The Next Better Call Saul oder Sopranos oder so, sondern es ist schlicht und ergreifend eine, kleine, einfache Geschichten in einer Zombie-Apokalypse, die eigentlich grundsätzlich Spaß machen, bei denen ich mir einfach nur etwas mehr Abwechslung wünschen würde, als eben die immer gleiche Straße, und Rick kommt irgendwo hin und macht alles platt, von daher bin ich ja schon dankbar, dass wir da schon mal eine kleine Divergenz haben, aber, ähm, die Beweggründe, warum Rick nicht sofort stehenden Schritte Standepede umdreht, Michonne schnappt und zu seinem Sohn will, das geht mir nicht in den Kopf, so gebrochen habe ich ihn dann nämlich nicht erlebt. Ja, weil sie es so geschrieben haben, und, äh, weil sie auch, ja, aber weil sie auch Jadis so geschrieben haben, sie haben sich halt selber Probleme gemacht, und dann, das, das ist ja ein bisschen ärgerlich, weil im Endeffekt haben sie ja mit dieser Gesamtsituation um Rick, ne, also Rick kommt da nicht weg, das haben wir jetzt, das haben wir in seiner Storyline deutlich gemacht, der kommt da nicht weg, der konnte sich seine Hand abschneiden, und trotzdem wird er dann nach sofort wieder festgenommen, so, und selbst wenn er wegkommen würde, das ist ja jetzt auch klar, dann weiß Jadis Bescheid, und selbst wenn Jadis umgebracht werden würde, hat sie ihre Pläne hinterlegt, das heißt, das CRM ist so eine krasse Militärmacht, dass Rick keine Chance hat, und da haben sie ihn hingeschrieben, und das ist jetzt, das ist jetzt ihr Problem, dann machen sie tolle Sachen, also ich meine, ich finde ja Greenwood super, super Idee, eine autarke Gemeinschaft, in der Luxus noch funktioniert, so, also wir haben einen, wir haben einen funktionierenden Aufzug, wir haben einen Roomba, wir haben ein Smart Home, wir haben Computer, ich habe nur gedacht, also ich weiß übrigens nicht, was Michonne, welche Sprachnachrichten Michonne eigentlich, da die ganze Zeit an Judith schickt, also mit was denn, haben die wieder Internet, keine Ahnung, egal, aber in Greenwood funktioniert auf jeden Fall alles noch, und da denke ich so, cool, das wäre doch jetzt richtig geil, wenn man zumindest mal in die Verlockung gekommen würde, kommen würde, in Greenwood zu bleiben, weil da alles funktioniert, aber das wäre ja überhaupt keine Option gewesen, weil die wollen natürlich zurück zu Judith und RJ, die können aber auch Judith und RJ nicht nach Greenwood holen, weil im Endeffekt ja das CRM die ganze Zeit auf der Jagd nach denen ist, also die haben sich in eine komische Situation manövriert, und thematisieren aber dann nicht die Situation im CRM, weil sie müssen ja ins CRM, um diese Situation zu lösen, aber sie sind einfach draußen und unterhalten sich darüber, wie die Situation schlecht ist, also ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, wo diese Serie hin will, jetzt fahren wir noch Alexandria, was denn dann, also dann kommen die Hubschrauber, und dann stehen die da mit Fackeln und Missgabeln gegen die Hubschrauber, oder was, also ich verstehe nicht, was wollen sie uns erzählen, wie geht es aus, sag mir, Chris, sag mir, wie geht es aus, ja, man muss jetzt noch zwei, also ich, es sind ja nicht die, ach Gott, wie sagt man das jetzt am dümmsten, es sind halt so viele lose Enden, und es sind nur zwei Folgen Zeit, ich habe es schon mehrfach gesagt heute, und deswegen weiß ich halt einfach nicht, wie, also ich sage mal, man könnte jetzt so einen Showdown machen, die fahren jetzt nach, wo fahren sie denn eigentlich hin, nach Alexandria? Ja, würde ich tippen, oder? Tippe ich jetzt mal auch, ne, also die fahren jetzt nach Alexandria, so, okay, und, ähm, dann, wird durch das Device, die Jadys mitkriegen, ah, das Device bewegt sich, die leben noch, so, weil das irgendwie so ein Tracker ist, oder sowas, das hätte ja der Rick auch mal sagen können, anstatt nur zu sagen, wo ist der Gerät, ja, kann er ja auch mal sagen, du, ich brauche der Gerät, weil der Gerät macht, äh, äh, heilige Spuren, und deswegen musst du mir das geben, sonst, äh, sind wir alle im Sack, ja, so, kann man ja mal sagen, aber ich meine, das ist klar, kann man auch für, für ganz viele Dinge, äh, im Film und in Filmuniversen sagen, dann wären die Filme halt meistens auch noch 5 Minuten zu Ende, wenn Menschen miteinander reden würden, ja, aber okay, und dann, dann kommt die Jadis und steht dann vor den Toren Alexandrias, und am Ende kommt Daryl mit Franzosen und Musketen und besiegt sie dann, ich, ich weiß nicht, wo das Ganze hinführen soll. Fände ich ja ganz nett, wenn dann plötzlich Daryl kommen würde, weil das ist immer noch meine Lieblingsserie von den neuen Serien, ähm, auch wenn ich da allein da stehe. Also inzwischen, bin ich fast schon geneigt, hier in dem Punkt so ein bisschen recht zu geben, noch nicht ganz, ich will sie erst komplett sehen, weil, aber da muss ich halt eben sagen, ich, ich trau dem Braten jetzt nicht mehr so, das liegt jetzt gar nicht an den Walking Dead Schreibern per se, sondern einfach am modernen Serien, äh, Storytelling der letzten 4, 5 Jahre, dass ich immer sehr, sehr große High Hopes auf irgendwelche schönen Twists oder, sag ich mal, Reveals oder, oder gute Geschichten hatte, und leider, 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 leider mehr enttäuscht, als, äh, freundlich überrascht wurde, äh, gibt auch tolle Überraschungen, also, vor allem Mankind kann ich da wieder nur anführen, aber, ähm, äh, ja, und deswegen bin ich halt skeptisch, und, äh, ich, ich kann dir nicht sagen, wie es ausgeht, weil es ja jetzt auch gar nicht so den McGuffin gibt, wo wollen wir denn hin, ähm, ich meine, klar, hätten sie, so ehrlich muss man sein, jetzt wieder die übliche, wir wären in der ersten Folge aus dem CEN geflohen, und müssen jetzt in 6 Folgen nach Alexandria kommen, hätte ich da auch gesessen, hätte gesagt, äh, schon wieder die übliche Roadshow-Scheiße, mach doch mal irgendwas Neues, ja, gut, äh, fairer Punkt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, aber, ähm, wenn ich schon den ganzen Spökes hier mit dem CRM mache, und das hier so Anteaser, und, und die Städte Anteaser, und den Biel hole, und dieses und jenes und bla, dann gibt mir doch mal einen Grund, die auch wirklich scheiße zu finden, weil im Moment muss ich halt ganz ehrlich sagen, ja, abgesehen davon, dass die, äh, andere Städte platt machen, vielleicht haben sie ihre Gründe, ja, ja, wer weiß es denn, ja, vielleicht haben sie ihre Gründe, ich verstehe halt auch die Motivation von CRM nicht, warum wollen die eigentlich geheim bleiben, was ist denn da so ihr, was ist ihr Benefit davon, ähm, also, wann haben Städte, Dynastien, Königreiche, äh, prosperiert, wenn sie keiner kannte, gut, wenn sie keiner kannte, kann man nicht wissen, ob sie prosperiert haben, und, das weiß man halt auch nicht, also, du merkst schon, ähm, man darf dieses ganze Konstrukt schlicht und ergreifend nicht, nicht großartig hinterfragen, ich habe das Gefühl, dass wir irgendwas übersehen, was übersehen wir denn da gerade, weil diese Serie wird ja total gefeiert, es, sie hat ein total hohes Rating, und die Leute finden es absolut großartig, was übersehen wir denn hier, also das, Leute, das müsst ihr uns da draußen mal schreiben, das müsst ihr uns wirklich mal schreiben, welche Brillanz übersehen wir denn hier gerade, oder, oder haben wir einfach, ist es unsere Erwartungshaltung, die da völlig in die Tonne fällt, also, irgendwas, sind wir an der entscheidenden Stelle beide irgendwie nicht hingeguckt, und Wäsche aufgehängt, ja, genau, habe ich nicht gemacht, aber, aber, ja, haben wir irgendwas Entscheidendes verpasst, dass, dass uns, deswegen sitzen wir hier, und, und, und rätseln durch die Gegend, warum, wieso, weshalb, also, wenn es euch auch so geht, dann schreibt uns das natürlich auch, und nochmal, du hast ja vorhin gesagt, wir wollen auch Dinge auch so ein bisschen würdigen, und so weiter, natürlich, du hast diese Marktszene angesprochen, das war schön auch, ich fand auch schön, dass die Ursprung, der Ursprung dieser Handys geklärt wurde, dass das so ein Künstler ist, das finde ich eine coole Idee, ja, ja, es waren ein paar schöne Sachen, auch, dass Michon es als Dana nennt, die ja auch quasi Dana heißt, ne, also Dana Gerrera, äh, Gera heißt sie ja, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie der Name ausgesprochen wird, aber, ähm, sie gibt sich ja so ein Pseudonym, das quasi ihrem, ähm, schauspielenden Namen entspricht, äh, es waren so viele, nette kleine Dinge da drin, ähm, aber irgendwie war die Handlung halt total redundant, das, das ist das, was ich irgendwie mich, was ich, was ich überhaupt nicht richtig verstehe, keine Ahnung. Da würde ich halt mal wieder, wie so oft bei so vielen Serien in dem Writer's Room sitzen, um da mal eben zu wissen, wie kommt dann sowas zustande, also da stitzt man ja, aber ich denke, ich denke mal, fängt an und sagt, okay Freunde, wir haben Budget für sechs Folgen, das ist das Anfang, das ist das Ende, wie kommen wir von A nach B, also so stelle ich mir das vor, sowieso würde ich das machen, ja. Ich weiß, dass manche Regisseure, wie J.J. Abrams oder so, das nicht so machen, die sagen, ey, hier sind 100, 200 Millionen Dollar, ähm, wir haben die Lizenz, die heißt Star Wars, schreibt einfach mal es auf und dann würfeln wir, was wir nehmen und verfilmen es in der Reihenfolge, äh, wie ihr die Zettel danach auf den Boden schmeißt. äh, das kann man natürlich auch machen, äh, ist halt meistens aber eher kacke, so und, äh, hier glaube ich das nicht, ich denke schon, dass man weiß, wo man am Ende rauskommen sollte und dann ist ihnen vielleicht eingefallen, das kann natürlich auch sein, dass sie dann gemerkt haben, ja, aber Chef, äh, das könnten wir jetzt auch in zwei Folgen erzählen. Ja, wir haben aber sechs, ja, aber die Story trägt halt nur für zwei Folgen. Ja, dann lasst euch noch was einfallen, das kann ja auch sein, ja, aber dann haben sie sich doch nichts einfallen lassen. Nein, genau, und dann ist das von sich einfallen lassen halt auch nicht gut, so, weil dann, ähm, schreibt man halt einfach Dialoge, die auch so teilweise aus JetGPT kommen könnten, wo man so erstmal sagt, schreibe einen Liebesdialog eines Paares, das sich lange nicht mehr gesehen hat, von dem er nicht weiß, dass es ein Kind hat und dann ist da so JetGPT ein Fehler drin und hat halt das mit dem Kind beachtet, nicht beachtet und dann verbesserst du den Prompt und dann kommt die zweite Version, die filmst du dann genau so und dann sagst du, ah, noch mehr Drama und dann kommt noch eine andere Version mit noch mehr Drama und dann sagst du, jetzt noch mehr Drama und dann kommt noch eine Version mit Drama und dann sagst du, jetzt wird Happy End und dann ist die Folge bis zu Ende. Ha, keine Ahnung. Und das ist beide, ich möchte auf jeden Fall nicht, ich möchte auf jeden Fall nicht mehr, dass Rick, äh, mich schon nochmal nach irgendeinem Device fragt. Also wirklich, ich will es einfach nicht mehr haben. Äh, äh, weißt du, weißt du, was mit dem Device passieren könnte? Das kommt dann fünf Minuten vor Schluss, holen sie es raus. In der letzten Folge fünf Minuten vor Schluss, ist das noch irgendein, irgendeine Auflösung? Ich glaube ja weiterhin, dass es einfach nur ein Funkgerät ist. Ich glaube einfach, das steht einfach nur damit, äh, dass, äh, Rick sich vom CRM nicht verabschieden wollte, sondern sich bei denen melden wollte. Ja. Tja, okay. Also dann ist, dann muss ich jetzt einfach kaufen. Jadis ist böse, weil sie böse ist und hat halt. Jadis ist böse, Jadis ist böse, weil sie an CRM glaubt und, äh, auch an diesen Plan, alles geheim zu halten und das Geheimhaltung ist deren oberste Bürgerpflicht und deswegen sagt Jadis ja wörtlich, äh, ja und wenn ihr flüchtet, dann werde ich die Jagd nach euch einführen. So. Ja. Ähm, Jadis war immer schräg und Jadis hat sich halt vollkommen denen, ähm, verschrieben, geschenkt. Auch das ist meiner Meinung nach eine Szene von einer Minute und nicht von fünf. Aber das ist egal. Es war ja auch nicht so besonders lang. Also, Jadis, Jadis Punkt. Ähm, ja, ich weiß halt nicht, wie sie rauskommen wollen. Also, ich verstehe schon, was sie da erzählen wollten, aber ich weiß nicht, warum ich mir das angucken soll. Naja, gut. Weil wir diesen Podcast hier machen, ja? Ja, ja. Nicht wegen der Quote, Herr Dohm, nicht wegen der Quote. Nein, garantiert nicht wegen der Quote. Wir schauen mal, ähm, ich hab das Gefühl, ähm, da wird uns jetzt in den letzten beiden Folgen noch der große Reveal kommen und dann ergibt das alles, also Sinn ergibt es ja jetzt schon. Das, also, wir suchen ja nicht nach dem Sinn. Wir suchen ja nicht, also, das ist ja, das ergibt ja alles Sinn. Es ist nur halt nicht so spannend. Genau. Richtig. Ja. In den letzten beiden Folgen kommen noch die Sachen. Genau, die Motivationen sind halt auch ein bisschen dünne so, das geht halt auch einen Ticken, Ticken besser. Also, ich bin gespannt, ähm, was da rauskommt, ihr liebe Hörer, wenn wir was vergessen haben, wenn uns was auf, äh, nicht aufgefallen ist, was das alles hier erklärt, hat sozusagen der fehlende Baustein, der Cornerstone in der Geschichte, dann lasst es uns natürlich wissen, dann schreibt doch bitte eine E-Mail an info-at-nerdizismus.de oder schreibt uns eine WhatsApp an die 01525-964-7709 und sagt uns, was wir vergessen haben. Natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen bei Spotify, bei iTunes und bei Podcast Addict, da dürft ihr fleißig in die Tasten hauen und uns ein paar Sterne lassen, das hilft, dass die Show besser gerankt wird und besser gefunden wird und natürlich freue ich mich, den ein oder anderen von euch am 20.04. dann im Rabbit Hole Theater in Essen zu sehen. Tickets gibt es unter rabbithole-theater.de slash Nerdychrismus einfach ein bisschen nach unten scrollen, da kommt ihr dann zum Ticket von dem 20.04. Wenige gibt es noch, ich freue mich euch zu sehen und ja Andreas, jetzt gehen wir noch mal in uns, rätseln noch mal, was wir vielleicht nicht gesehen haben, freuen uns auf das Feedback und sehen uns dann beziehungsweise hören uns dann ja schon zum Finale wieder in 14 Tagen, wenn wir die letzten beiden Folgen von The Ones Who Live besprechen, bevor dann jeder von uns wieder in seinen kleinen, aber feinen Star Trek Podcast verschwindet und wir dann schauen, ob wir da mehr Sinn drin finden. Ich glaube nicht. Bestimmt. Ich glaube schon. In diesem Sinne, macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums Ich glaube schon. Tschüss. Tschüss. Schüss. Untertitelung des ZDF, 2020